...und gleich weiter Arbeitsplatz... ...und alle... ...alleiner drückt... ...damödem... ...aber ich heute wieder da... ...und alle... ...also ich... ...Arbeitsplatz... ...und die Abwehr... Untertitelung des ZDF, 2020 Die Stadt ist in den Boxen geändert worden. Wir sind natürlich in der Klasse der Reise gekommen, um ihn zu halten, um ihn zu halten. Das hat sich lieber eben gemacht. Da ich ihn noch mal gesprochen habe, kommt heraus, auf die Art von der Flügel, kommt der Reise. Wir wollen also jetzt, auf die Flügel, auf die Flügel. Der Reise, der der Flügel, auf die Flügel, auf die Flügel. Ich nehme an die Flügel. Das ist ein sehr guter Ort. Der Reise, der die Flügel, auf die Flügel, auf die Flügel. Der Reise, der die Flügel, auf die Flügel. Ach, die Farbe! Schöne, Kollege. Ja, ich bin schon. Ja, das finde ich auch. Wir haben hier nur Sprengleiten. Wer ist jetzt? Oder die Hafflinge kann sich gut regulieren. Also. Und bei uns, die Sprengleiten, die müssen sich häufig teilen. Also, die Sprengleiten, die größte Schwarz sind. Und weniger zu sich. Die hat das wahnsinnig grossen Bänder. Finde ich auch toll. Das sind so eine Miedermotivation, dass es jetzt schon aufplaziert wird. Das ist doch so gut. Ich glaube nicht. Ich denke mal ein. Es ist nur noch ein. Das ist die letzte. Ja, ich schalte. 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 Ja, ich schalte.